Mit großem Applaus ist Schauspieler Daniel Craig, mittlerweile 53 Jahre alt, bei der Weltpremiere seines letzten James-Bond-Films, Keine Zeit zu sterben, gefeiert worden. Unter den Gästen der klammerösen Gala in der Londoner Royal Albert Hall waren am Dienstagabend neben den Stars und Machen des Films gleich zwei Generationen der britischen Königsfamilie. Der Agenten-Thriller hätte eigentlich schon im April 2020 Premiere feiern sollen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla schauten sich den Agenten-Film gemeinsam mit Prinz William und seiner Frau Kate an. Die Herzogin zog in einem funkelnden Goldkleid die Blicke auf sich. Während des mit 163 Minuten längsten Films der 007-Reihe brandete in der Halle mehrfach Szenenapplaus auf. Hauptdarsteller Craig, der mit weinrotem Jackett zur Gala kam, bedankte sich beim Produzenten-Duo Barbara Broccoli und Michael J. Wilson dafür, dass sie trotz mehrfacher Corona-bedingter Verschiebungen daran festgehalten haben, keine Zeit zu sterben im Kino zu zeigen. Dieser Film gehört auf die große Leinwand, sagt Craig, der sich nach über 15 Jahren von der Rolle verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger soll laut Broccoli und Wilson erst im nächsten Jahr beginnen. Prinz William scherzt vor der Vorführung mit US-Popsängerin Billie Eilish, die den Titelsong No Time To Die singt und zusammen mit ihrem Bruder und musikalischen Partner Phineas gekommen ist. Charles und Camilla unterhielten sich ausgiebig mit den Darstellern, darunter Rami Malik, der für Bohemian Rhapsody den Oscar einkassiert hat. Im 25. James-Bond-Film spielt er den Bösewicht Safin und die Britin Lashana Lynch, die Bond als neue Doppel-Null-Agentin Konkurrenz macht. Die Rolls und Bond verbindet eine langjährige Beziehung. Königin Elisabeth II. war erstmals 1967 bei der Weltpremiere von Man lebt nur zweimal zu Gast. Seitdem besuchen immer wieder Mitglieder des Königshauses, die Premieren feiern. Neben dem deutschen Hollywood-Komponisten Hans Zimmer, der für die Musik verantwortlich zeichnet, sind auch Popstar Neil Roger und Schauspieler Jason Momoa bei Nieselregen über den roten Teppich geschritten. Aus früheren 007-Abenteuern sind Judi Dench, die bis Skyfall im Jahr 2012 Bonds vorgesetzte M gespielt hat und Britt Eklant, die 1974 in der Mann mit dem goldenen Colt mitgewirkt hat, dabei gewesen. Als Dank für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie sind außerdem Mitarbeiter des britischen Gesundheitswesens eingeladen gewesen. Wir feiern heute Abend den fiktiven Helden James Bond, aber wir feiern auch die Warnhelden, sagt Produzent Wilson. Die Öffentlichkeit hat in diesem Jahr vor der Royal Albert Hall keinen Zugang. Bei früheren Premieren haben sich Schaulustige und Fans meist schon mittags die besten Plätze an der Absperrung gesichert, um das Schaulaufen der Stars auf dem roten Teppich zu beobachten und Autogramme und Selfies zu ergattern. Corona-bedingt ist der Kinostart des Films mehrfach verschoben worden. In Österreich läuft keine Zeit zu sterben am Donnerstag an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017